Fertig! Wir fangen beim Shim Sham an auf dem rechten Bein zu starten und auf der Zielzeit 8. Also wenn ich sehe 5, 6, 7, 8. Also ich bin das beste Beispiel dafür, dass ich talentlos, aber mit viel Motivation da reingegangen bin, weil ich wusste, das ist ein cooler Tanz und das ist so eine coole Musik. Dazu möchte ich mich unbedingt bewegen. 5, 6, 7, 8. Ready? Sie müssen sich jetzt vorstellen, wenn das jetzt hier losgeht, dann... Hallo, ich bin Zoe und ich bin so was von bereit für euch als ZuschauerInnen und als Sender zu arbeiten. Mit vielen Ideen und unheimlich viel Energie und Motivation möchte ich raus aus dieser Pandemie-Grundsicherung. Die Kultur- und Kreativbranche, die Stadt Berlin, Frauen im Musikgeschäft sind alles Themen, für die ich besonders brenne. Also, holt mich hier raus aus meinem Wohnzimmerstudio in euer Studio und oder auf die Straßen dieser Stadt. Okay, action! Okay, action! Was ist dieses Jahr? Ich bin es. 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 Untertitelung des ZDF, 2020